so und dann kommen wir zur letzten folge von für heute wahrscheinlich erst mal aber ich habe wieder ein bisschen genug aufgenommen wieder auf heute spottox hier aber guck heute nachmittag vielleicht noch mal ein bisschen examination day auf aber ansonsten klärten und doch gerade wieder okay was geht hier das hier ist ein absoluter iphone ist in den bloß weil es safe aber wenn ihr okay bitte klar warum ist er nicht bewohnt straßen sind da deine mutter ist da besser schossen wir kommen ja nicht aus dem prüfen das geht noch bauen aber das brüche um erstmal geschehen aus der damit verkehr relativ schlimm aus 1000 euro gerade mal eingenommen so alles mal ein bisschen entlasten hier na gut hier um geht natürlich nicht könnte jetzt ungefähr gleich eigentlich hier auskommen land bauen was eigentlich gar nicht so schlecht idee wäre aber dann wäre der packt wieder so weit weg ist so gerade am boomen nur gebaut und für keiner 50.000 knacke also wird knapp wieder knapp 50.000 aber es findet jetzt schon immer so zwischen so um die 50.000 natürlich ein bisschen bullshit aber tschuldigung was machen erst mal gucken was hier die leute wieder wollen gucken wir mal das nächste ereignis kommt hier aber wir haben über 50.000 schauen wir an industrie qualit ist die partner jedoch hätte ich mal wieder ein paar wünsche jemand die man abholen kann report aber hier gleich schön direkt hier hat man eine perfekte anbindung als gesamte meer geht das so geht das noch ein bisschen so jawohl hat man hier eine schöne breite anlegerfläche da eine schöne breite anlegerfläche ja das hier das ist natürlich jetzt ein bisschen das ist jetzt aus was habe ich getan so da hat man das da hat man noch eine schöne anbindung dann geht direkt rein in den hafen strafen wenn du kommst zum hafen wird doch kommen bietet sich hier gerade an dann machen wir ja auch direkt auch nicht straßen anbindung damit die großen lkw die container lkw da schön lang kommen dann habe ich hier gleich voller anbindung das scheint sich jemand gefreut zu haben darüber dass den hafen gebraucht haben ich weiß gar nicht was die meinen scheiße sie wollte hier noch flughafen in bonn ich weiß doch gar nicht mehr wer den verlangt und war das commercial die den flughafen haben wollten oder war das industrie es müsste commercial gewesen sein würde ich mich nicht ganz falsch im sinne auf jeden fall kann der flughafen den airport natürlich nicht aber den würde ich hier oben hinstellen zu ungünsten der 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 parks hier natürlich klar aber jetzt halt so vielleicht ein bisschen weiter raus aufs meer ja doch macht es ein bisschen weiter raus aufs mehr macht sind dann sind die häuser hier nicht so nah dran aber da müssen wir ein bisschen weiter sparen also noch mal wieder auf normal und guck mal wann hier wieder einer kommt da das zu hoch ja wow mit dem mit dem jahr hat wirklich was gebracht soll tausend und von da haben wir jetzt die reine kommen wo wirst du jetzt die kreis zu hoch kommen noch 17 prozent ja schon wieder alles gut teilen vorfass gut so aber wir haben jetzt hier sind doch guten weg ich wüsste gerne mal gucken mal bis zum zubereich weil mir vorliegen ist weil mit leid ich wollte mich unten hinstellen aber hier ist doch alles leid so extrem viel los beim safe sogar ist die noch besser als leid bei einem leid leid abkommen lassen aber polizei brauchen wir nicht mehr voll mal leer da unten oh gott bei der industrie ja gut ähm ja da könnte ich jetzt so eigentlich äh ja feuerwehr feuerwehr muss natürlich bezahlt werden klar feuerwehr 2 bleibt auch erst mal so mal schauen vielleicht nachdem ich die flughafen gebaut habe können wir denn vorher wird mal aktivieren ansonsten population will beheide wurde gut ja wir sollten jetzt mal wirklich unsere feuerwehr einschalten budget jetzt muss die feuerwehr voll gefördert werden feuerwehr seid ihr da ihr müsst jetzt mal voll gefördert werden oh mein goodness haben die die oh scheiße die haben voll was abbekommen august na komm september was denn die brennt gerade die hütte vielleicht versuchen du mit dem gebäude schon das spiel abzuschalten vielleicht hätte ich doch vorher wäre früher einschalten ja aktiviere die feuerwehr geht auch die ist doch schon ziemlich zurück langsam können wir jetzt hier langsam einfach eine politik oh gott hier oh gott hier unten ist aber richtig richtig was los ok hier muss mal kurz alles abgesperrt werden das war das nicht weiter ausbreiten das muss der fotopatriebe gebraucht ja hallo feuerwehr macht ihr mal was nicht übergreifen bitte nicht übergreifen sonst würde ich dich auch noch tot machen das ist die medium sie sind nicht ausgelassen was machen die jetzt ist die low da musst du doch mal was oh mein goodness die ganze stadt stirbt die ganze schöne appartement hier alle ohne strom alles weg oh gott oh gott oh gott mein dezentrales netzsystem hat nicht funktioniert weil hier ein großer spalt ist und hier ein großer spalt was ist denn jetzt schon wieder oh alter äh nein das ist doch du musst weg und du musst auf weg ah gott was macht denn die feuerwehr die feuerwehr gar nicht kann das sein ja klar gibt ja nicht natürlich leute wieder aus logisch oh gott oh gott oh gott na gut das war mal nichts da würde ich mal sagen laden wir denn beim nächsten mal neu dann müssen wir doch mal mit feuerwehr spielen das wird so definitiv nichts na gut ich schaue mit v ich schaue mit ich schaue mit